Also in erster Linie krieg ich mein ganzes Aluminium hier über diese Bärenbüsche. So schmelzen wir die mal und dann kann ich eigentlich schon mal einen Red Heart Kinister machen. Genau und Jeweled Apple, Necrotic Bone und sowas. Das habe ich doch noch. Jeweled Apple, Necrotic Bone und ein Herzchen. So, kriegen wir alles hin hier, alles da oben rein. Lirum Larum Löffelstiel, da ist mein Herzknister. So, die Dinger sind halt scheiße wenn ich sterbe. Die lasse ich dann glaube ich lieber, ich glaube ich lasse die lieber nochmal draußen. Ich traue mir dann nicht so sehr über den Weg und deswegen mache ich das mal lieber nicht. Zwei Stunden, oh mein Livestream ist vorbei. So, 48 Bücher nochmal hier. Ne, wo habe ich das reingeklatscht da, ne? Guti Leute, also was habe ich denn jetzt alles geschafft? Oh meine Brust ist kaputt. So, anziehen. Also, was habe ich denn jetzt geschafft? Ich habe Extended Diamond Chestplate 5, 4, Prot 4. Ich habe Extended Diamond Leggings, Prot 4. Ich habe nochmal Prot 3. Die werde ich wahrscheinlich auf irgendwie hier irgendwo da draufhauen und sowas. Ich habe einen Herzkanister. Ich habe mein 32 Attack Damage Cleaver. Ich habe meinen Power 5 Infinity Bogen. Und so langsam, das Ziel ist also Sammeln und Bauen. Kann man alles bauen, was man will. Im Prinzip kannst du alles bauen, was du willst, ja. So, und jetzt habe ich glaube ich langsam alles, was geht. Und der Kampf gegen Tycho rückt näher. Gut, so Leute, ihr kennt das. Prozedere. Für die Leute auf Twitch, ich bin gleich wieder da. Und für die Leute auf YouTube verabschiede ich mich jetzt von euch. Ja, ich mache nachher später, nach dem Livestream nochmal eine schöne Update-Folge, wo ich euch das nochmal zusammenfasse, was ich getan habe und so weiter. Und Leute auf Twitch, ich bin gleich wieder da. Es dauert nicht lange. Und für den Rest, macht's gut, meine Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.